Einverleitet. Spürt ihr etwas? Kommt mit mir heraus aus dem Fuhl dieser Säue, aus dem Dunkeln der Nacht. Vergesst, was ihr wisst, werdet neu und erlebt, was ihr erlebt. Nähe, Unterstützung, Respekt. Respekt? Ja, sogar für euch selbst. Ich öffne euch die Tür und ihr könnt hier heraus. Oder ihr bleibt. Die Tür findet nichts. Dort warten eure Feinde. Nur hier, hier findet ihr den Frieden eines wahren Lebens. Eines Lebens, in dem eure Erfahrungen richtig sind. Jeder hat die Wahl, ob er sich für das Gute oder das Böse entscheidet. Ihr müsst selbst essen, welchen Weg ihr geht. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.